Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge TTT mit allen Verbotten von PeteSpeed und da Lukard malt mal wieder seine geilen Bildchen hier an die Band. Was ist denn das? Hakenkreuz. Ja, wir spielen heute mal wieder auf Kakuriko. Mein Lieblings-Ray-Logo. Der hat in der letzten Folge Bram nie falsch gecallt, oder? Boah, das ist jetzt schon zwei Tage her, keine Ahnung. Ich würde einfach mal so langsam Zeit, dass mal ein Traitor die Sachen von Bram annimmt. Wie heißt denn das? Die Identität annimmt. Ja, dann habe ich aber nicht Bram falsch gecallt. Ja, kann man ja sehen wie man will. Ja, okay, das ist okay für mich. Ja, gehopst wie gesprach. Nee, 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 nee. Sagt er während er rumhopst. Ich bin ja auch auf Antibiotika seit fünf Jahren. Nein, Jay verfolgt mich. Warum ist das auf Antibiotika? Hilft dir das bei deiner Krankheit? Ja, ja, ja. Ich werde beschlossen. Ich werde besnipet. Von oben. Plattform. Christian. Oh ja, Christian ist das. Wie ist denn schon wieder Bram? Ja, weil du gerade vor mir rumliefst. Genau dadurch. Ich werde besnipen, Alter. Ich habe eine scheiß Schrotwünsche. Und dann stand dein Name da halt. Aber du bist halt da durchgelaufen. Das war dann... Boah, Christian Stachelhaus, Alter. Wer ist das noch hier? Christian hat sich teleportiert hier hinten hin. Wohin? An Spawn. Oh, ich bin gerade angekommen! Das ist der andere Jay. Der zweite Headshot, der war schon wieder nicht schlecht. Seitdem Jay ist schon wieder tot. Okay, Christian, habe ich. Moment, der zweite Headshot. Dann muss Peter lügen. Wieso das denn? Ja, Peter ist es, Sepp. Wenn der Dalu das sagt. Ja, das sag ich auch. Der zweite Headshot hat es verraten. Oh, Leute! Leute, Peter! What the fuck? Wo kamst du denn her? Alter, Christian, willst du mich verarschen? Der war gut, oder? What the fuck? Der zweite Headshot, Peter. Alter, ich komme einfach... Dalu, das musst du mir echt erklären. Ähm, du bist zu Christians alten Spot gerannt. Und da dachte ich noch, du bist Inno. Dann hatte Christian gesagt, der zweite Headshot war nice. Das heißt, zwei Leute müssen schon tot gewesen sein. Sepp und ich wurden angeschossen. Das heißt, du hast gelogen. Ah. Aber gelogen habe ich ja nicht. Du bist halt nicht Inno gewesen und wolltest dahin, um ihn zu töten. Das meine ich. Peter ist echt so ein Lügener. Echt ein Lügener, wa? Lügener! Lügener! Boah, die Gaussgun, die hast du aber auch nicht. Auf Nahkampf ist die nicht cool. Muss ich mal treffen. Eigentlich schon. Ja, ich habe ja nicht auf dich geschossen. Ich habe ja auf jemand anderes geschossen. Du standest auf einmal vor mir. Ja. Ich dachte, du hast diese Panik, die genau in dem Weg geschossen hast. Nee, überhaupt nicht. Jey und Bram wahrscheinlich. Warum? Ich war... Weil die Dalu gerade gemacht haben. Okay. Nicht in der Nähe. Jey und Bram weiß nicht, was passiert ist. Jey! Jey! Bist'n du cheer-happy, Jey? Jey! Wir waren zu zweit! Natürlich muss ich da... Oh Gott! Aua! Der ist hinten auf dem... Das muss ich doch auf jeden Fall wahrnehmen, Alter! Wo ist der? Ja, ich verstehe deinen Punkt. Sofort weg. Wieso sofort weg? Wo ist er hin? Ich weiß nicht, wo er ist gerade. Ah doch, da. Ja, was ist denn da? Ganz rechts. Ganz rechts. Oh Gott! Oh, schade, Peter! Das war sogar noch knapp schlecht. Boah, ich hab schon richtig schlecht geschossen. Ich hab mega schlecht geschossen. Mal wieder. Aber Bram hat mir wenigstens den Arsch gerettet. Das war gut. Aber wie gesagt, ich hab da echt schlecht gespielt. Hat er direkt... Aber Bram, wie gesagt, Dalu! Easy. Ja, ich wollte... Ja, das stimmt, aber ich... Weißt du, da will ich doch gar nicht mit dem spielen. Nee, nee! Ich wollte die Abhune rausholen. Und ich hätte die ganze Runde dafür geopfert. Ich geb das zu. Haple, hast du ja noch ne Chance, Bram. Kann die AR-15 eigentlich was? Nee, ne? Ja, Semi. So ne eher mittelmäßige Waffe. Wie ist diese... Wie heißt denn die Waffe? Weiß ich nicht. Die Schallgedämpft ist gar nicht so schlecht, oder? Ja, finde ich auch. Die AR-15, die klingt... Die Axe. Aber wenigstens gut. Die Axe kann was? Haha, Dalu, Kid! Watt genau, mein Freund! Vielleicht ist die nicht. Du solltest einfach nicht die Waffen wechseln. Auf nichts. Okay. Hallo. Du spielst mit dem Feuer. Wir werden gleich mit einer Gauss-Kanone weggelassen. Oh, die Musik ist so schlimm. Ist wahrscheinlich, aber wie gesagt... Ich wollte... Jetzt werden wir später wirklich mit dem Feuer. Nein, hinter dir! Kannenbäume! Alle Bäume sind daneben geflogen. Okay, damit ist Dalu sicher auch innocent. Von wen denn? Ich hab grad confirmed. Feder! Ja! Verdammt! Oh nein, Feder! Schade! Oh man, das leckte immer so hart, wenn man die Tannenbäume schiebt. Das ist voll kacke! Second Chance, Feder! Ich hab keinen mitgenommen! Oh, leck mich doch! Second Chance, Feder! Nicht schlecht! Fuck, ey! Ja, bei mir zwiggert das leider nicht so häufig. Ey, du musst ja Leute töten! Du musst ja erst Leute töten! Combustible Lemon! Ich hab mich schon nach Weihnachten gefreut! Und dann stand die weiter so schön! Ja, doch Bram hab ich zumindest gequillt! Ja, ja, ich glaub aber... Du warst... Du warst... Du warst gleichzeitig tot wahrscheinlich! Naja! Ja! Er hat ja auch gleich viel AP, macht ja eigentlich nur Sinn! Du musst mal lernen, die weiter zu werfen! Die killt nicht immer mit! Gibt's da irgendwelche Tricks beim Sprintenwerfen oder so? Ne, wärme mal was nach oben gucken! Die fliegt aber an sich nicht so weit wie ne Granate ist! Eher wie so'n Federstein! Also am besten rückwärts laufend werfen! Ich weiß nicht, ob die dann auch rückwärts fliegen! Das wär' natürlich unglücklich! Na, Dallocat! Bist du wieder am Stissler? Ist er das? Geh da... Ich brauch nur ne Shotgun nicht an einen! Mh, da hab ich nicht nachgeacht geguckt! Ich hab einen weggeworfen! Ich hab einen weggeworfen! Ja, Shotgun! Die liegt da hinten in den Gebüschen! Wenn du an dem Haus bist, in den Büschen! Du auch! Bei den Trailer! Christian! In den Büschen... Am... Am Haus! In den Büschen! Ja, ja! In den Büschen am Haus! Dreh dich bestanden, Hundekacke! Muss nicht sein! Ne, ne, nix! Ich lauf mit da los! Oh! Hallo! Nein, Christian! Ach komm, das ist nicht so hoch! Wollt ihr nicht runterschmeißen oder was? Na, hat er auch geschafft! Ihr habt Damage bekommen! What an Ass! Wie viel denn? Ich hab noch 83! Oh! Ich seh schon gleich die Harpune bei Bram! Ich glaub auch! Ich glaub auch! Oder warum rett der die ganze Runde? Er opfert doch die ganze Runde dafür! Manchmal muss noch ein Opfer haben, wenn die Menschheit in den Tod ziehen! Dalu, Bram und Jay rennen dir wieder hinterher! Ich hab das Gefühl, dass gleich Dalu genauso das auch rächen könnte mit der Harpune gegen Bram, um die richtig zu triggern! Ja, so ein typischer Dalu-Boof! Kann's sein, dass Christian und Peter einer schon tot ist? Nö! Also ich leb noch zumindest! Okay, Peter müsste also im Shop sein, er hat sogar noch nicht geredet! Aber Peter hat schon Schaden von Christians Aktion, ne? Richtig! Ah! Gut kombiniert! Bram ist immer da oben! Wie viele sind hier eigentlich gerade? Ja, eigentlich sind alle hier! Alle sind hier oben! Das ist irgendwie ein bisschen strange! Sind alle wirklich hier? Ja! Ich glaub schon! Ich seh nur drei! Vier! Wenn auch einer dabei ist es! Ah! Verdammte Scheiße! Das war weder Dalu noch Sepp! Noch Jay! Okay, ich weiß nicht, ob du da draufstehend hast! Ich glaub ich wäre nah genug dran gewesen, ehrlich gesagt! Sepp steht vor mir im Neighbor! Das ist schwer zu sagen! Boah Dalu steht vor mir und Bram! Und noch Christian! Und noch! Und noch! Woah! Geschossen! Ich bin vergiftet! Peter! Ist das wirklich so? Ja! Ja! Aber nice, dass du direkt an dir zweifelst! Das ist Jay oder Dalu! Ja, das ist Jay! Easy going! Können wir vertrauen, Boys! Er hat doch... Er hat doch... Woah! Getötet! Der Sepp war der andere! Ich hab wohl getötet! Fick dich Dalu! Sepp war vergiftet! Nicht so... Er kam aus dem Detail! Ja! Er ist ja genau vor die Waffe gesprungen, als ich auf irgendwer anders geschossen habe! Deswegen hab ich den Sound die ganze Zeit gehört! Ich dachte, was soll ich denn? Ne, wegen mir auch! Ich war auch vergiftet! Ja, aber der Sound kam auch teilweise aus Orten, wo du nicht... Wo du... Also genau! Der Sound kam von woanders! Oho! Das war dumm! Aber mehr als zwei Leute waren nicht verliebt! Das ist ja mega an Lucky gewesen! Ne, aber die beiden waren's halt! Bam und Sepp waren vergiftet! Ja, genau! Das war mehr nicht! Und die beiden hab ich gehört! Mehr hab ich nicht gemacht! Ich glaub... Aber an Lucky! Egal! Ja! Ne, ne! Ne, ne! Bitte? Ne, ne! Spricht dich aus! Ne, ne! Ich nehm dir persönlich, dass du mir einfach komplett misstraust! Ey, das... Man muss ja immer gucken, was die Leute für Mindgames machen, ja? Ich bin auf alles vorbereitet! Alles vorbereitet! Oh, jetzt sind wir ein bisschen spät! Nicht direkt vertrauen, wenn man eine Trailer-Leiche konfirmt, ja? Ich werd dafür auch immer abgeschossen! Aber nicht von mir! Das war von fiesen, fiesen Christi, Jan! Ne! Das... Das muss ein ganz smaler Boy sein, eigentlich! Jetzt halt immer so 40% auf Dalu! Oh, ich glaub... Der läuft so schnurstrackst auf Dalu zu! Von A, Pune! Das war Peter! Achso! Das ist nicht korrekt! Sehen auch alle gleich aus hier! Ich stand hinter dir! Aber ich bin doch nicht auf Dalu zugelaufen! Was machst du denn, Dalu? Ich bin auf Dalu weggelaufen! Auf ne Sniper! Achso! Du bist auf mich zurück! Damit man mich nicht so früh findet, wenn ich wen erschien! Aber... Sepp! Weißt du, wenn du mich callst, macht das selber! Du weißt doch, wer das ist, weißt du! Wer bei anderen schnüffelt, hat selber gerüffelt! Was? 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 Das finde ich... Das finde ich einen guten Punkt! Interesting, Bram! Ja! Und du hast mich ja geblamed! Also muss ich jetzt eigentlich... Nein, ich habe nur einen Fakt falsch dargestellt! Aber ansonsten... Alles richtig gemacht! Moment! Moment! Bitte was? Ne! Moment! Ich war halt nicht! Aber neben mir ist gerade einer erschossen worden! Und ich bin auch getroffen worden! Mitten auf Sniper! Einen Traitor ist tot! War oben auf der Plattform, war Jay! Hatte danach sogar noch den Cloaking-Device gekauft! Okay! Aber selbst unsichtbar fängt er die Kugel! Ganz schön nice! Das ist korrekt! Vielleicht ist der wahr? Oder Jay? Bedankt dich bei dem auf jeden Fall! C-Fax! Aber das heißt Peter oder Chris? Es kann sein, dass Peter ihn halt da oben wiederbelebt! Schwer jetzt, ne? Tue ich aber nicht! Gucken wir mal! Hörst du es auch da oben? Ja! Es kann auch gezielt gewesen sein, dass Jay... Ah ne! Da oben wieder nicht duelliert, oder? Ja! Ja! Dann schieß ich den da auch ab! Falsch! Da hab ich einen Schuss... Ne doch! Da hab ich einen Schuss hingeballert! Und hatte gehofft, dass ich genau das schaffe, was sie gemacht wurde! Da hab ich leicht gepenickt, aber nachdem Sepp so Trash-Talk gemacht hat, hab ich... Ja genau! Hab ich Sepp gekillt, aber ich war wirklich inno, deswegen musste ich mich da rausgegeben! Ja, ja! Weißt du? Ich hab wirklich nix gemacht, aber ich bin auch getroffen! Sorry, sorry Peter! Nein! Ich bin wirklich... Ich bin wirklich der gewesen, der getroffen wurde! Ja, kein Problem! Ich wollte gerade noch sagen, Tram wurde angeschop... Und dann... Von... Ja, aber Christian, hast du nicht gesehen, dass ich ne Armbrust in der Hand hatte? Die ganze Zeit? Das hat mich auch gewundert! Nee... Ich hab das immer nicht gewundert... Und dann hast du auf ihn geschossen, Christian hat auch nicht zurückgeschossen und sagt dann noch so... Hm... Ja, das hat mich auch gewundert, weil... Na ja, Sidons Crossbow, schade, dass du nicht draufgegangen bist! Look da, du! Ich will zumindest den selben Weg gehen! Ich bin mir gar nicht mehr! Haben wir den gebannt? Das ist mit dem selben Weg gehen, ja! Nee, ich dachte, der wäre vom Server runter! Hm... Oh, oh! Oh, da ist jemand gestorben! Christian ist gar nicht gestorben? Er hat zumindest Oh-Oh gesagt! Bram... Warte mal... Peter hinten durch, die sind das... Wann heißt das? Ich werd... Okay, Bram... Ich werd vergiftet! Ich werd vergiftet! Scheiße! Wer war das? Fuck! Ich glaub, Bram hat Dalu gemacht mit... Ah, Puhle! Nein, 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 nein! Schießt du gerade auf mich, Jay? Bram! Das war... Muss ich denn vorher durchladen? Nein! Hast du auf mich geschossen? Muss man den Silas Kropfer vorher durchladen? Ja! Hast du auch auf mich geschossen, Bram? Ja! Du hast auch auf mich geschossen! Naja, dann ist okay, weil... Seb mich gekillt hat und ich dachte, jetzt hätt ich falsch gecallt! Ich hab auch geschossen! Ne, ich hab auch geschossen! Und auf Peda und auf alle! Und vor allem hab ich Dalu noch in der letzten Drohne mit ner Bude gemacht! Ja! Und Bram und Dalu haben auch gemeinsam gewonnen! Ne, haben sie nicht Peda gewonnen! Nope! Peda hat gewonnen! Die Night! Peda hat gewonnen! Nein! Grüße gehen raus an den Peda! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Grüße zurück! Grüße gehen raus an den Peda! Grüße gehen raus an den Peda! Copyright Untertitelungen im Auftrag des Runders